Joomla 4 GZIP Aktivierung starten und dadurch deine Website schneller machen. Je schneller deine Website ist, umso besser ist das und das aus mehreren Faktoren. Mit GZIP kannst du dieser Beschleunigung noch einen kleinen Schub mit auf den Weg geben und wie das funktioniert, sehen wir uns in diesem Video an. Damit hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Oliver Pfeil. Ich helfe seit vielen Jahren Menschen dabei, mit Joomla eine erfolgreiche Website zu erstellen und in diesem Video geht es um GZIP, also darum, deine Website schneller zu machen. Wieso ist es so wichtig, dass deine Ladezeit gering und deine Website schnell ist? Zum einen ist das ein Google Ranking Faktor. Ist deine Website schnell, gibt es Pluspunkte. Ist deine Website langsam, gibt es Minuspunkte. Entsprechend hast du auch geringere Absprungraten, denn eine Website, die lange benötigt, bis sie geladen ist, dort werden viele auf den Zurück-Button klicken und diese Besucher sind weg und besuchen andere Websites. Eine kurze Ladezeit führt auch zu höheren Conversions. Zusammengefasst, du bekommst mehr Website-Besucher und du bekommst mehr Kunden. Bevor du eine Ladezeit-Optimierung durchführst, ganz egal welche Einstellungen du setzt, solltest du immer die Ladezeit überprüfen. Dazu gibt es viele Tools, zwei die ich dir an dieser Stelle empfehle. Zum einen das Google Page Speed Tool, das ist meine Empfehlung und die Alternative GT Matrix. Jetzt sehen wir uns das Ganze live in Joomla an. Du klickst dazu hier links unten auf System und bei Einstellungen auf Konfiguration. Hier gibt es mehrere Reiter, die dir zur Auswahl stehen, viele Einstellmöglichkeiten. Hier bei Konfiguration klicken wir jetzt auf Surfer. Dann gibt es hier die Gezip-Komprimierung und hier wählst du Ja und klickst anschließend auf Speichern. Was passiert hierbei? Alles was übertragen wird, wird entsprechend gezippt, wie du es auch von einem Zipp-Programm kennst. Das heißt, es müssen dadurch nicht viele unterschiedliche Dateien übertragen werden, sondern entsprechend nur eine und die Datei wird kleiner. Und das macht deine Website zwar bloß ein kleines Stückchen schneller, aber entsprechend schneller. Das Ganze kannst du anschließend dann testen. Mach so einen Speed-Test vor der Optimierung und nach der Optimierung und dann siehst du auch den Unterschied. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, klicke auf die Glocke, dann bekommst du viele weitere solcher Videos frei von mir geliefert, indem ich dir viele Tipps und Tricks zu Joomla gebe. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020